So Leute, da sind wir wieder bei VEGASYLF und INAZUMA11 GO STRIKEHAST 2013. Mit mir Sefi und SuperYutis. Hallo! Und wie ihr seht, stehen wir hier schon wieder da, wo wir aufgehört haben. Und wir stellen uns jetzt der Bedrohung namens Hakuryo und Team Zero. Die nicht Zero schlecht sind, sondern eher das Gegenteil eines der stärksten Teams vermutlich im Spiel sind. Und wir werden jetzt versuchen, dem Team das ein oder andere Türchen abzunehmen. In der Hoffnung, dass wir sie irgendwie schlagen können und ihren tollen Teamcapt'n rekrutieren können. Oh ja. Wir werden ihnen in einer gesündlichen Beziehung auf unsere Seite schauen. Und sind wir ziemlich unaufhaltsam. Oh ja. Oh, ich freue mich schon auf Hakuryo. Vor allen Dingen mit Hakuryo haben wir auch wieder ziemlich tolle Möglichkeiten, weil wir unter anderem auch einen Kombi-Schuss mit Sokolika haben. Ah, ja schön. Und... Ja. Ja. Ich glaube... Nein. Dieses 3 haben wir glaube ich nicht mal. Nein. Das kann er auch mit Tayo haben. Und Zugi. Ja. Die 3. Also der kann immer wieder richtig viel. Oh. Wie kommst du an dem Fall? Und ja, das ist eigentlich auch ziemlich selten für einen Go-Spieler, dass man so viel Kombi-Technik nutzen kann. Ja. Weil das... Mein Ball. Shadow? Mann ist die Abwehr weit vorne. Ja. Weil Go eigentlich ziemlich auf Avatare und Co. setzt. Das stimmt. Ja. Irgendwie macht dieses Spiel dann auch nicht mehr so ein Mannschaftssport. Nee. Also irgendwie auch nicht, ne? Nee. Okay, aber... Ich weiß nicht. Das machte ich auch eigentlich so am Alten-Inner so mal, dass es wirklich Kombi-Techniken waren und dass sich die Leute auch hingesetzt haben und das trainiert haben. Ja. Und ich so, ja, ich kann das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal so. Ja. Ihr müsst wissen, in diesem Anime... Also in Go fand ich auch so. Ten Mal lernen wir einen Schuss. Zwei Folgen später konnte er was. Obwohl man ihn nie hatte trainieren sehen. Ja. Auf einmal... Oh, ich kann was. Und... Keine Ahnung, da passiert das irgendwie am laufenden Band. Und beim alten Ninazuma, da haben sich echt noch Tage und Nächte da rumgekloppt, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Ja. Ja. Geh weg! Ja, das war auch im DS auch sehr häufig ein Foul. Ja. Ihr habt bestimmt schon gedacht, warum. Ja, das fragt sich bestimmt. Jeder. Ja. Ja, ja, ja. Verteidigung, Verteidigung. Da ist ganz die Verteidigung. Aufgeladene Verteidigung. Ja. Geh weg! Du siehst aus wie eine Sonne. Das mag ich nicht. Bist du mit Tayo verwandt? Äh, das wird auch technisch erklärt. Ja. Das ist übrigens eine Unlimited Giant Technik. Und ja, so heißt die Masch. Von Hakuriyo. Mit Licht und so. Uah! Schuh! Geh weg! Komm doch, wenn du willst! Ich bleib da stehen. Versuch's doch! In your face. Ja, es gibt einige Charaktere, wenn sie mit uns euch mal so lieber nicht anlegen. Und ja, ihr seht schon, dass unsere Offensive läuft. Momentan hauptsächlich über Zubi. Der, vermutlich ist so ziemlich... Ja, ja. Der einzige ist, der Richtung Tor was reißen kann. Ja. Denn ich denke nicht, dass die anderen und ihren Tiefen sind. Momentan in der Lage sind, da auch nur den Versuch eines Tors zu erzielen, ohne dass die Abwälder was kaputt macht oder der Torwart im Weg stellt. Ja, ja. Und da erkennt man dann auch wirklich die nativen Stürmer hier. Und nicht die, wie zum Beispiel Kilo, der im Sturm ist, der eigentlich im Mittelfeld ist, der wir nur im Sturm stehen haben. Das ist vielleicht auch nicht so ganz die weiseste Entscheidung. Ja, wenn wir Hakuya haben. Ja, dann müssen wir die Aufstellung sowieso ein bisschen funktionieren. Ja, dann wird's vielleicht tricky. Ja, dann könnten wir uns wirklich beim Überlegen und Prima erleben. Ja, da gibt's wieder tiefgründige Diskussion, was Vor- und Nachteile an Aufstellung von Inezuma strikt. Ja. Vor allen Dingen, ähm, allgemein auch so Techniken, warum, weshalb, wieso. Ja. Und die Mannschaft wird sich sicherlich ums ein und andere verändern. Ja. Dann kriegt ihr auch mal was Neues zu sehen. Oh, Schuh ist auch toll. Aber dann denkt man auch, hat man hier wieder einen Stürmer? Ja. Fudo, kriegst du doch hin! Fudo! Mit der kleinen Lines Technik. Mit dem Arsch! Den Abatei kann Apkodi auch haben. Zumindest, wenn es irgendwo ein Go spielt. Obwohl, ich finde, das sieht immer so brutal aus, die hier an Unfall. Ja. Ach, ach. Oh, gut. Wer ist denn bei los? Die sind ja alle aufgeladen. Ja. Und es haben sehr viele Abateiere davon. Ja. Oh, Schuh! Ja, wir haben hier Ichino! Der verliert! LOL! Mich irgendwie! Ja? Dein Controller, wie priest bei dem Scheiß! Der ist halt total aufgeregt! Ja, das glaube ich. Ja! Ja, geh weg! Zu nah! Rache! Ich bin nicht so auf Tophilo! Geh weg! 250 Abstand, bitte! Ich hol mir noch eine einstweilige Verpflegung. Aber was ich auch lustig finde, ist die Melodie, die gespielt wird, wenn man diese heiße Pass anhat. Das ist die Melodie von Hakurios Mannschaft. Ursprünglich. Mhm. Interessant. Ja. Schafft auch nicht, ne? Ach, geht das wieder los? Ja, Akito sollte sich gleich mit einer Sonnendrehenfunktion einbauen. Ich wollte gerade sagen. Dann wäre das vielleicht nicht passiert. Oh! Oh! Ja, Sapo! Bleib stehen! Das sind alle Probleme. Bang! Pling! Ja, in die Richtung wollte ich doch gar nicht. Ja, lass Hakugo schnell weg! Ok, nimm du! Ich glaube, Hakugo hatte noch nicht mal den Ball. Außer noch ein Stoß! Ja! Ich werde mich einfach hier in diese kleine Ecke verkrümmen. Oh, ich soll dich vielleicht nicht wieder... Verdammt! Kann ja mal nicht mal abfeißen! Schick Faguchi! Kurze Verschnaufpause! Ja! Es bleibt spannend! Mit dem Top-Stützen-Zuri! Der erstmal ein bisschen was knabbern wird. Weil, guck mal und so. Wohl so ganz. Gut, dass er Sport treibt. Das würde ich mir so sagen, um seine Figur zu machen. Ja. Reiter auf einmal so ein fetter Zucker. Ich geb dir mal das! Was ist das? Schuss! Ah! Das ist die Vata... also... Hm? Ne, ist schon gut. Ich könnte gerade sagen, dass wir Libertario gehen können, aber... Der hat ja weder Avatar noch eine Level 3. Das Schuss-Kaffig! Ja, noch! Du weißt, was du aufgelandert hast? Das ist doch auch mal was! Das stimmt! Voll... voll verarscht! Aua! Hallo? Ja! Was? Was haben die denn gefrühstückt? Achso, Avatar. Gott, das sieht der langweilig aus! Bakro! Yeah! Den haben wir noch nie gesehen! Ich renne da mal rein! Ich renne da mal rein! Ich renne die dich nicht gut aus! Ja! Hätte sie bessere Techniken, hätte ich sie gleich adoptiert! Adoptierst?! Beziehungsweise... Ey! Komm her du! Rekrutieren! Rekrutieren wollte ich eigentlich sagen! Aber ich war so von mir fasziniert... dass ich sie gleich adoptieren wollte! Und ja, so viele Charaktere will ich eigentlich nicht adoptieren! Und das kommt bei mir eher selten vor! Das wäre wahrscheinlich nur nur Kilo, Tario und Hagrio! Ja, ich würde mich da aber auch schon mit Kilo verbringen! Weißt du, mehr Leute machen mir Dreck! Ja, stimmt! Und deshalb bin ich ganz vorsichtig beim adoptieren! Ich will meine Butze ja sauber halten! Einen Schlangenmensch! Geh weg! Ja, ja, ja! Böse! Ganz böse! Aus, Hagrio! Aus! Was? Total böse! Oh, wie er gerade geschrien hat! Das war doch niemals Salz! Ich bitte euch! Müsst ihr wieder schommeln! Oh, Cheetah, Cheetah! Selber lachen alle Kälber! Wie bald, äh, der Golden Sun verarscht! Cheating, Cheating! We are cheating! Hör auf zu singen, das ist so grausam! Wenn er so scheiße aussieht wie er singt! Wenn er so singt wie er scheiße aussieht, dann wird das wirklich ne Qual! Bist du wieder nett! Ach, du kennst dich doch! Ja! Wie jemanden ich mag, so ein Hagelzeitenliebe! Oh ja! Ich war fast fertig! Versuch's nochmal! Tue ich auch! Und da wird mich kein hässlicher Ding gedöst! Tiger! Aufhalten! Kommt der Avatar hier auf so ne Hand? Keine Ahnung! Ich bin schon froh, dass du überhaupt aufkreuzt! Ja! So nicht, wenn man so einen Zettel darstellt! Äh, ich bin grad nicht da! Ich bin im Urlaub! Pfff! Alice Frau im Kopf! Ich glaub, das wird mein Thumbnail für den Part! Obwohl, das hab ich jetzt schon so oft gesagt, dass ich das und das als Thumbnail nehme! Ja! Sobald sie das nicht anders machen! Ach, drauf geschissen! Ja, also, weil ich hab ja jetzt so einen Angriff und da war so, wie kacke! Ich muss ja auch immer gucken, dass das so mit der Schrift und der Positionierung und allen so alles so gut aussieht, ne? Ja! Ja, ich passe mal ganz gerne an meines Nichts! Naja, also wenn ich... Ah! Gegner passt! Weg! Oh, Hakuri! Geh weg! 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 Fudo! Ich passe zu Fudo! Was? Warum? Lass mein Fudo nicht sein! Mein Fudo kann das! Hakuri endlich hab ich den Ball! So! Ja, ich glaub das war für unseren Fudo eine Genugtuung! Ja! Ach ja! Und wir haben es auch schon gleich wieder geschafft! So viel kann eigentlich nicht mehr passieren! Ja! Das ist... Oh! Vor allem mal Schuhe ausgeladen! Ja! Ja, wie ihr sehen könnt, kann Hakuri auch prütteln! Boing! Was in der Hinsicht ein bisschen wertvoller als Tsuri macht! Er ist quasi so, Tsuri hat schwarze Haare, Hakuri hat weiße Haare! Sie sind auch rein zufällig, Rivalen! Ja, so ein Zufall! Ja! Also ich finde... Äh! Hallo? Ist hier noch jemand? War alle schon feierabend? Sind jetzt schon nach Hause gegangen? Sind schon im Laufklein? Sind schon im Laufklein? Die sind sich um. Scheiße, heute schon wieder verloren! Ah, super! Seine Haare! Deine? Ja, die waren grad komisch! Sind seine Haare nicht immer komisch? Er ist nicht komisch und lustig, sondern komisch im Sinne von, hä? Kirin, was machst du so bei vorne? Verpässt dich! Heute sofort! Was? Juh... Juh... Juhu! Jaaaah! Aber, ey! Die hat Furo gebufft! Haha! Ich weiß nicht, die hat echt so, so... Und dann... Und Furo bufft wieder zurück. Das muss ich mir eigentlich mal angucken. Das muss ich mir eigentlich mal angucken. Dafür habe ich sie jetzt weggeschossen. Sehr schön. Von Kamikaze. Es war irgendwie klar, dass er das hält. Ja. Wo ich... ähm... Wo ich Jendo ja ziemlich gut finde. Ja. Ein Film der Ichino macht einen richtig guten Job davon. Dafür, dass er so ein Bumptrücker ist? Bumptrücker. Und ich will die Technik irgendwie lustig. Ja. Schnell, 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 schnell. Sie gehen doch alle weeeeg. Kann ich bei stärker als Kombischuss oder Penguin 1? Eine Frage. Ich bin selber richtig gefragt. Irgendwann auch. Weil das ist ja eigentlich sinnvoll, wenn die Kote im Penguin 1 besser ist als Kombischuss, und dann noch Kiro auf sich zukommen zu lassen. Ich habe keine Ahnung. Ne, ich meine nur. Waa, wieso lasst ihr denn immer so unbeaufsichtigt stehen? Kleben alle an Haku... Hallo Leute? Es gibt noch andere Spieler? Ich vergesse die, die können doch nichts. Das ist so ein Pub-Aufsteller. Schuh! Schuh! Weil Schuh hat nämlich ebenfalls ein Avatar und ist eigentlich auch recht gut. Ja, was heißt nicht? Er ist sehr gut. Der kann eigentlich noch mehr als nur schießen? Ich bin sicher. Ich bin mir jetzt aber auch nicht 100%. Doch, der hätte gewonnen noch eine Dribblingstechnik mit den einen Typen. Ja, Britannia kost kann er noch. Das ist immer noch eine Level-3-Technik mit Partner. Also sowas auch nicht kommt wie nicht. Ja. Yay! Freude! Wer hätte das gedacht? Äh, ich nicht. Ja, das hätte er wahrscheinlich auch nur zurückgedacht. Ja. Durchgehen wir ein famoses 3-0 kassiert haben. Beziehungsweise... Die haben eins kassiert. Ja, die haben eins kassiert. Genau. Die haben eins auch gekriegt. So rum, wollte ich sagen. Es gab von uns ausgegeben eine Portion Niederlage. Ja. Und noch ein oder zwei Spiele und Tayo kriegt seinen Avatar. Yay! Was ihn natürlich noch besser, noch teurer macht. Und guck mal, sogar Fudo steigt schon heute auf. Ja. Der hat auch in diesem Spiel recht viel gemacht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Kido. Mhm. Oder hier Sakuma? Ja, Sakuma, der kam echt gut zu... Oh, Kirin ist ja fast fertig. Mhm. Aber, ähm, zu ihm müsste nächstes Spiel auch soweit sein. Oh, er ist ja schon soweit! Ja, ist er schon wieder soweit? Ja, wo ist er denn? Ah, super. So. Juhu! Wir können Hakuyo adoptieren. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 15. Och! Mensch! Ja. Da geht ihr ja richtig flott! Ja. Da waren ja auch echt wenig Techniken, ne? Das stimmt. Das war ja mein Weggerennen. Ja. Ah! Aber ein glorreiches Wegrennen mit 3-0. Das stimmt. So, ich brauche erst mal was zu trinken. Es war alles zu viel für mich. Ah! Oh, so süß! Ich steige bald auf! Was schreibe ich denn? Liebe Mama! Ich steige bald auf! Und bei dir so? In jedes O ein Smiley! Was haben wir hier? Ach, die diskutieren wieder. Ja. Also, ich finde ja immer noch, dass ich der Hypno sicher bin! Gar nicht wahr! Oh man! Ein Foto schießt den Puck! Ob das wohl ein Porno für echte Männer ist? Ich würde echt mal interessieren, was das für ein Moog ist! Nein, Schauen bringen leicht gemacht! Wie buffe ich jemanden um? Für dummies! Ah ja, wir haben ja hier diese ganzen Bratzengewinn nicht haben wollen! So einen wichtigen Kursen! Ziemlich klein, ne? Irgendwie ja! Das kommt mir grad nur so vor, als wenn es die Hälfte von den Leuten werden! Und so startet Hakuryo schon! Wow! Das ist doch mal richtig nice! Das ist mega nice! Dann haben wir hier Level 3 Blockschuss! Wow! Level 3 Dribbling! Und sogar neutral! Und neutral! Respekt! Mit 120 TP! Glauben! Das heißt, zweimal White Hurricane! Das ist doch gleich mal geschafft! Dann haben wir hier Super Shou! Der auch schon mit 2B startet! Ja! Mit einem Schuss Level 3 und Level 3 Dribblingstechnik! Ja! Also das Niveau von Hakuryo durchaus halten kann! Das ist doch mal nice! Der Stand! Das müssen hier einige erstmal nachmachen! Wenn ich mir den da angucke! Oder ihn hier! Ja! Ja! Also die starten tausendmal schlechter! Ja! Und die hören, wenn nur 1 oder 2 Techniken für Level 2 oder 1 sind! Ja! Dämonio hat auch nur Cs! So! Und dann hier gleich! Ähm! Wenn ich mir dann hier die ansehe! Mit ihren 3Bs! Oh ja! Ja! Ich meine, dafür haben sie beim Fangen einen E-Rang! Aber welcher Idiot stellt sich schon Hakuryo oder Schuh ins Tor? Vor allem ohne Torwartechnik! Ja! Das ist eigentlich so sinnlos! Das ist eigentlich egal, was da für ein Rang ist! Ja! Der Typ ohne Nase! Oh ja! Die haben alle, glaube ich, ein P! Ah! Sie nicht! Wow! Das ist ganz schön schlecht, ne? Auch recht ausgewählen! Ja! Das ist doch wohl nur schlecht hier! Boah! Ist nicht umsonst eines! Oh, was er für eine Mene hat! Ja! Erinnert mich an dieses neue Pokémon! Ja! Pyro Leo! Das eigentlich müssen alle haben! Ich weiß nicht! Ja! Ich liebe wo! Ja! Na aber, keine Ahnung, die sind so überpowered! Ja! Holen wir uns die überpowerten Leute ins Team! Wer? Was? Wo? Ach da! So, wer noch? Ah, den Typen neben Hakuro! Nicht Shadow, sondern... Yukimura! Danke! Obwohl, Hakuro ist auch Wind! Das ist ein zusätzliches Plus! Ach so! Das meinst du! Da jetzt nur so, weil du jemanden weg rausgeschmissen hast. Der war natürlich bestimmt auch Wind! Ja, Yukimura war Wind! So! Jetzt wird's Kiki! Herzlich willkommen bei Let's Talk! Ich würde sagen, das machen wir den nächsten Part, oder? Weil das kann natürlich sehr langwierig werden! Frauen mit dem Schnacken! Ja! Gut! Dann sehen wir uns gleich bei einem wunderbaren, großartigen Diskussion, wer darf gehen und wer nicht? Ja! Oder wer soll gehen und wer nicht? Das wird echt schwierig! Oh ja! Das wird verdammt schwierig! Ja! Bis gleich! Bis bald! Bis bald! пот